Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Fortnite Daily Item Shop vom 15.06.2019 So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video So, und heute gehen wir mal wie jeden Tag in den heutigen Item Shop rein und da haben wir eine neue Picke, die gucken wir uns allerdings mal an Wie witzig, Forkknife Misser und Gabel als Picke Double Picke So, fangen wir auf der rechten Seite an Feuerläufer Ich finde den gar nicht so schlecht, kriegt 8 von 10 Vermieter Feuerläufer 47 3,62 von 5 bei 37 Euro zum ersten Mal am 5. Februar 2019 im Shop gewesen, seitdem 5 Mal um 39 Reminders Für 1200 Biwax der Feuerläufer Rückpartner Rückpartner So, Rückpartner ganz cooles Teil, kriegt von mir auch 8 von 10 So, Rückpartner ganz cooles Teil, kriegt von mir auch 8 von 10 Meiner ist das letzte Mal am Shop gewesen, am 13. März 2019, das bedeutet 94 Hektage ist das Ganze her Dann digitales Grau, Digital Grey Ja, klicken Sie mal da durch, her sofort, durch die Modelle Digital Grey Ich finde das gar nicht so schlecht, das Ding, das ist relativ schlicht gehalten, ich finde das aber gerade das, was mir daran ganz gut gefällt, deswegen kriegt es von mir immerhin auch 7 von 10 Von mir kriegt 6 von 10 2,78 von 5 bei 9 Worts zum ersten Mal am 15. April 2019 im Shop gewesen, seitdem 3 Mal 12 Reminders und das letzte Mal im Shop gewesen, am 18. Mai 2019, das bedeutet vor 28 Tagen Dann, kommen wir zum Sichelschläge bzw. Betzickel Betzickel Standard Ding, was jedes Mal immer wieder drin ist Ich weiß nicht, keine Ahnung, geschätzte 100 Mal schon gesehen inzwischen, Betzickel kriegt wieder von mir 6 von 10 3,555 bei 48 Worts zum ersten Mal am 12. Mai 2017 im Shop gewesen, seitdem 34 Mal und 82 Reminders ist das letzte Mal im Shop gewesen, am 2. Juni 2019, das bedeutet das ist 13, ganze Tage, ja Sensationell 13, und davor 26, dann gehen wir mal eins runter 13, 26, 44, 58, 74, ja, also auch wieder so ein Ding, was ständig drin ist Taxifahrer Oh, der war, der Cabby war aber jetzt wirklich schon länger nicht mehr da Für 800 V-Bucks, der Cabby, äh, Royales Rennen Äh, ja, der kriegt von mir 6 von 10 Von mir kriegt der 4 von 10 Dann, äh, hat's eine Malung von 3,4, 2,5 bei 19 Worts zum ersten Mal am 30. Jahr 2019 im Shop gewesen, seitdem 4 Mal und 80. Mai, das ist das letzte Mal im Shop gewesen, vor 83 Tagen am 24. März 2019 Ja, 3,8 Stapel, guck dir das mal an Fingerpistolen Gut, ganz normaler, den kennt man, glaub ich, Fingerpistolen, wie viel gibst du dem? Fingerpistolen kriegt von mir 8 von 10 8 von 10, von mir? Heute mal ganz gute Noten von mir Ah, von mir kriegt, äh, eigentlich, ich weiß ja gar nicht, müsste irgendwann im Dezember 2017 oder sowas rausgekommen sein Dezember 2017 kommt das hin? Dezember, äh, 2017 auf jeden Fall, ich glaub im Dezember 2017 Ähm, 6 von 10 Fingergans, 3,67 von 5 bei 12 Worts zum ersten Mal am 30. Dezember 2017 im Shop gewesen Zu dem 12 Mal und 35 Mal, das ist so wie's gesagt Krass Ähm, 150 Tage her am 16. Jahr 2019 Ja, okay, dann kommen wir zu Patronella Ähm, okay, machen wir's so rum Alles klar, Patronella find ich eigentlich ganz Zoom mal da ran an Patronella Ja Alles kurz Das ist halt so ein Rambo-Verschnitt Also wer den nicht kennt, äh Rambo-Verschnitt Patronella für 1200 V-Bucks kriegt von mir, ähm, 7 von 10 7 von 10 von mir regt Patronella 6 von 10 3,785 bei 13 Worts zum ersten Mal am 10. März 2019 im Shop gewesen Da dem 5 Mal und 94 Reminders ist mein Schock gewesen vor 28 Tagen am 18. Mai 2019 Machete Die Machete, ja, 6 von 10 Ja, 6 von 10 von mir kriegt die Machete 5 von 10 So 3,465 bei 13 Worts zum ersten Mal am 10. März 2019 im Shop gewesen Da dem 5 Mal und 7 Reminders ist das erste Mal im Shop gewesen vor 28 Tagen am 18. März Ähm, Mai 2019 Heli, den find ich ganz cool, kriegt von mir zumindest mal 9 von 10 Von mir kriegt's 8 von 10 Heute immer nur einen weniger als bei dir Komisch Strange Ah, das ist strange Ah, hier 3,8355 bei 18 Worts zum ersten Mal am 10. März 2019 im Shop gewesen Da dem 522 Reminders So Vor 28 Tagen im Shop gewesen am 18. Mai 2019 So, das war's ja schon von dem Zeit, jetzt kommen wir zum Sandsturm Jetzt bin ich gespannt, weil ich habe den gestern schon bewertet Könnt ihr auch gerne oben rechts in der Ecke gucken Wenn's euch interessiert, was ich für Noten gegeben habe, jetzt bin ich gespannt Was gibt der Herr sofort für Noten Mega geil 10 von 10 3,765 bei 17 Worts Zum ersten Mal am 14. Juni 2019 im Shop gewesen Seitdem 2x Und 66 Reminders Und äh, ja Dann kommen wir zum C-Meter Äh, ja Auch 10 von 10 Hä, das ist doch irgendwie irgendwas Irgendwie hat das nicht umgeswitcht Sandsturm Jetzt Jetzt das ist C-Meter Ja, 10 von 10 Alles klar Äh, zack 4,135 bei 15 Worts zum ersten Mal am 14. Juni 2019 im Shop gewesen 2x Und 3x 9 Reminders 9 Reminders Siu Ach, da ist noch eins sogar Ok Das ist ein Sound-Meter Ach, keine Musik ist drin Wahrscheinlich Ja Ok Ja So, ähm Forknife Für 500 V-Bucks Das Teil Boah Wir haben vorhin schon drüber gelacht, ne Alles was wir gesehen haben Und Ja Kriegt von mir Wegen der Kreativität 7 von 10 Von mir 8 von 10 3 von 5 Bei 3 Worts zum ersten Mal Heute rum 14 Reminders So Wenn es euch gefallen hat Dann gib mir einen Daumen nach oben Schreibt es in den Kommentaren Abonniere den Kanal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss